Baddha-Hasta-Kurmasana ist die Schildkröte mit gefalteten Händen. Für Fortgeschrittene eine schöne Variation der Schildkröte. Strecke im Sitzen die Beine nach vorne aus, beuge die Knie etwas, Fersen auf den Boden, gib die Arme unter den Oberschenkeln durch und verhake dann die Finger hinter dem Rücken oder falte die Hände oder fasse mit den Händen an die Handgelenke. Das ist Baddha-Hasta-Kurmasana, eine schöne Stellung, um den Geist nach innen zu bringen, zur Ruhe zu kommen und eine meditative Stimmung zu erzeugen.